Moin moin und hallo Leute, mein Name ist Frischi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Mumble Monday. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen guten Start in die Woche. Und heute habe ich glücklicherweise wieder ein Thema von euch. Der gute Vladden, oder ihr kennt ihn in den Kommentaren unter hier könnte ihre Werbung stehen, hat geschrieben, dass ich doch einfach mal über Reisen erzählen soll. Was für Länder hast du schon besucht, schreibt er. Wo hat es dir am besten gefallen, wo am wenigsten? Ist dir im Urlaub schon mal irgendwas total Verrücktes passiert? Oder vielleicht auch auf dem Weg dahin? Und weiter schreibt er auch, dass es jetzt vielleicht nicht das tiefgründigste Video ist, aber dass es ihn einfach mal interessieren würde. Und um Gottes Willen, ihr sollt nicht verkrampft danach suchen, irgendwas Tiefgründiges zu finden, worüber ich reden kann. Nur weil ich so ein Thema manchmal wähle, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht gerne auch mit anderen Sachen beschäftige. Und ich finde das auch ein ultra gutes Thema, weil selbst wenn man sich damit tiefgründig beschäftigen möchte, geht das ja auch. Also die Formulierung war jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sich damit tiefgründig beschäftigen möchte mit Reisen, dann geht das ja auch, weil der Weg ist das Ziel. Und die Reise, die man vollbringt, ist ja auch ein Teil vom Leben dann und, und, und. Ihr wisst, was ich meine. Und man lernt auf Reisen halt einfach wirklich, und das ist ja noch nicht mal tiefgründig, sehr viel über sich selbst und wird ein Stückchen Erwachsener vielleicht auch. Wenn man Selbstständigkeit nicht so drauf hat, dann lernt man da einiges dazu. Reisen ist einfach was Wunderschönes. Und das ist eine Ansicht, die ich vor vielen Jahren oder vielleicht gar nicht mal so vielen Jahren als junger Erwachsener, sage ich jetzt mal, noch nicht hatte. Und zwar wollte ich immer da bleiben, wo ich alles kenne, wo ich alles in meiner Nähe habe, wo ich weiß, wo alles ist und meine Freunde um mich herum sind und, und, und. Also ich wollte nicht viel von zu Hause weg, nicht unbedingt von meiner Wohnung, aber zu Hause im Sinne von meinem Bezirk, beziehungsweise auch Berlin. Und unsere Großeltern, also ich habe noch einen Bruder, deswegen sage ich unsere Großeltern, haben mich und ihn immer wieder aus Berlin rausgebracht an verschiedene Orte, so Dörfer, wozu man halt zur Zeit von der Trennung von Ost und West auch nicht hinkonnte. Und gerade deswegen war das halt auch eine Sache, die sie sehr gerne gemacht haben. Und, ähm, außerdem halt auch viele kleine Reisen so nach Bayern, Dortmund, Frankfurt am Main, Köln, Hamburg, ähm, früher viel in den Schwarzwald, weil ein großer Teil meiner Familie da lebt. Und natürlich auch immer in den Europa-Park, das war auch immer ein Highlight, ähm, aber auch viel da gewandert, viel auf kleinere Berge rauf. Ja, sind das schon Berge oder Hügel? Ja, man kann schon Berge sagen. Ähm, und das, das war was, was mir immer schon Spaß gemacht hat, in der Natur zu sein. Aber so richtig Klick gemacht hat es erst im letzten Jahr, im Sommer 2015, im August, war ich mit drei Freunden von mir, äh, in der Schweiz. Und, äh, wir waren auch einen Tag noch in München, also wir sind quasi von Berlin losgefahren, sind so runtergecruised. Äh, mein Kollege Max hat, äh, der gute alte Grazer, den habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo in einem Video gehört, äh, hat sogar den ganzen Weg komplett alleine durchgezogen. Äh, bis nach München. Und, ja, da muss man auch sagen, Chapeau, das ist schon heftig. Ähm, nicht, dass ich nicht wollte, nicht fahren wollte, aber irgendwie wollte er das so durchziehen. Ich hab ihm das immer wieder angeboten, hab dann so gesagt, ja, soll ich jetzt mal? Und er meinte so, ja, ne, ich mach das jetzt einfach, ich zieh das jetzt durch. Und, äh, München war wunderwunderschön, muss ich sagen. Ähm, klar, wenn man aus einer Stadt in die nächste kommt, dann bleibt es nicht über, dass man Sachen vergleicht. Und, ähm, für mich persönlich war der Eindruck der, ähm, wenn ich in eine andere Stadt reise, könnte ich da nicht unbedingt allzu viel Zeit verbringen, weil ich dann doch auch in Berlin bleiben könnte. Weil die neue Stadt ist dann genauso stressig, wie es halt auch im Touristenteil von Berlin ist. Und, äh, es ist überfüllt und teilweise dreckig und teilweise laut. Und dann denkt man sich so, ja, okay, hm, all das, was jetzt hier gerade zu spüren ist, das hab ich irgendwie auch in Berlin in irgendeiner Form. Dann brauche ich nicht unbedingt hierher kommen. Aber trotzdem einmal da gewesen sein und ich glaube, wir sind da auch bestimmt vier, fünf Stunden rumgelaufen. Und, äh, wir erkunden meistens auch alles zu Fuß. Äh, das war wirklich wunderschön. Wir gucken uns auch immer gerne die Kirchen an und die alten Teile von irgendeiner Stadt oder einem Dorf, weil man dann so sieht, wo der Ursprung liegt. Und wenn man sich dann so vorstellt, wie irgendwelche Leute das damals mit unzureichenden Mitteln quasi per Hand zusammengebaut haben oder aufgebaut haben, ist es schon verrückt. Also, und gerade auch die Architektur interessiert mich sehr. Ich bin da auch sehr an Fotografie interessiert. Und dann die Architektur zu fotografieren oder halt auch schöne Porträts von meinen Freunden, mit denen ich unterwegs bin, zu machen, das, äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist dann so ein kleiner Anteil einer Reise, die unheimlich interessant ist, finde ich. Und gerade halt auch einfach dieses in der Natur sein, das ist schon, seitdem ich ein Kind bin, bei mir irgendwie verankert. So, ich möchte immer draußen sein. Ich möchte immer, äh, gerade auch viel in Wäldern sein. Oder wenn ich halt auf Bergen bin, die so extrem, ja, aussehen, als ob die quasi schon während der Eiszeit so da waren, so. Oder durch die Eiszeit entstanden sind. Und wenn man da drüber nachdenkt, diese verschiedenen Gesteine sieht. Für mich ist es irgendwas, was, irgendwas in mich weckt, so. Und ich fühle mich dann unheimlich frei und wohl. Und vielleicht kennt es ja jemand von euch auch. Äh, weiter zum Thema, wo ich denn überall schon war. Äh, ich war zweimal auf Teneriffa. Einmal mit 14 und, ne, einmal mit 13 und einmal mit 18. Da waren so fünf Jahre dazwischen. Das war auch wunderschön, den Teneriffa nach fünf Jahren nochmal zu besuchen. Äh, es hat sich sogar einiges verbessert gehabt, anstatt verschlechtert, muss ich sagen. Ähm, ich war an... Ähm, wo war ich da genau? Am Strand? Ähm, Playa de America war irgendwie in der Nähe, glaube ich. Ähm, ich war auf jeden Fall im Hotel. Das könnt ihr ja raussuchen, wenn es euch interessiert. Hotel Farnabé. Ähm, ich glaube, es ist der südliche Teil der Insel. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Äh, ich glaube auch, dass der Strand dann irgendwas mit Farnabé hieß. Irgendwas Palmenmäßiges, obwohl da keine Palmen standen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen, die vielleicht relativ neu sind bei den Mumble Mondays. Ich bin jetzt 23, das heißt, die letzte Reise nach Teneriffa liegt auch schon fünf Jahre zurück. Ähm, ja, könnte man ja eigentlich mal wieder starten. Ne, als nächstes würde ich auf jeden Fall gerne mal irgendwie so nach Fuerteventura oder halt wieder in die Schweiz. Weil die Schweiz ist einfach krank. So, egal wo wir da waren, wir waren quasi überall um den Bodensee rum. Äh, alles was da so interessant ist. Ähm, und vielleicht auch was nicht Interessantes für einige Leute. Es war wunderschön. Was verrücktes, was mal passiert ist, ist schwer zu sagen. Weil so richtig verrückte Sachen sind nicht passiert. Aber ich glaube, sagen zu können, dass das, was wir auf der Rückreise gemacht hatten, schon relativ verrückt war. Und zwar, äh, wollten wir noch einen Zwischenstopp in einer anderen Stadt, äh, einlegen. Ich habe jetzt ganz vergessen, wie die Stadt heißt. Und zwar, ähm, sind da wichtige Gerichtshöfe. Und da die zwei Freundinnen, die mit waren, Jura studieren, war das für die halt ein Highlight, sich das anzugucken. Und es war ja auch interessant, sich mal so was Wichtiges anzugucken. Und da standen dann draußen Polizisten rum mit MP5s und so ein Kram. Also es war schon gut gesichert. Und, ähm, er hatte auch eine schöne Architektur. Und dann haben wir gemerkt, dass wir das so schnell gar nicht zurück nach Berlin schaffen. Dass wir dann quasi komplett in die Nacht reinfahren würden. Ähm, weil wir haben davor auch noch in Salem. Es gibt wohl verschiedene Salem in Deutschland. Aber in den Salem unten in der Nähe von der Schweiz waren wir auf einem Affenberg. Das war auch ultra cool, da konnte man rumlaufen. Und die Affen sind einfach so neben einen rumgelaufen oder standen auf Geländern und sowas. Und dann konnte man die mit Popcorn füttern. Das war vielleicht auch noch ein bisschen was Verrücktes. War aber sehr interessant. Ähm, und dann haben wir gemerkt, wir kommen gar nicht so schnell zurück. So, wir müssen dann quasi bis drei Uhr morgens durchfahren oder so. Ja, und nach einer Woche wandern, wo die Füße sowieso schon hart gefistet sind und man komplett K.O. ist, war das nicht so die allerbeste Idee. Und deswegen sind wir bei Bekannten von einer unserer Freundinnen untergekommen. Und wir haben da erstmal so ein übelstes Festmahl aufgetischt bekommen. Ähm, dann hieß es halt für meinen Kollegen und mich, B-Drescher-Modus einschalten und versuchen das alles aufzuessen. Das war ein Berg, ey. Das war, als ob wir da Kaiser wären und bei irgendeiner Familie auftauchen. Das war so geil. Äh, war auch sehr, 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 sehr lecker. Nochmal vielen, vielen Dank an die Familie, falls das irgendwie zufällig jemand davon hören sollte. Und am Ende war das noch sehr, sehr lustig. Ich trinke nicht viel Alkohol, muss ich sagen. Also, ich bin quasi fast komplett Non-Alkoholiker. So, wenn mir mal danach ist, trinke ich ein Bier und dann war es das auch wirklich. Und, ähm, dann hat er auf einmal Hennessy rausgeholt, der Familienvater. Ja, gut. Und wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag wahrscheinlich noch so acht Stunden fahren muss, denn, äh, ja, in so einer Situation denkt man sich dann so, wie sagt man jetzt freundlich dem Gastgeber, dass man das nicht kann, so dass man das jetzt einfach nicht möchte. Und dann war das so, man hat eingetrunken und gesagt, oh, schmeckt wirklich sehr, sehr gut, bla, bla, bla. Halt, man muss ja auch höflich sein. Und, äh, fragt dann halt so, wie es dazu kommt. Dass er diesen Hennessy hat und bla, bla, bla. Und dann ist es halt am Ende echt passiert, dass ich drei Schüsse davon, drei Shots hatte. Und, äh, mein Kollege und er haben aber noch ein bisschen weitergemacht, weil es war halt irgendwie so eine doofe Situation, wo man es nicht ausschlagen konnte. Und, äh, am Ende, die Mädels hatten sich vom Bett fertig gemacht und so. Und, äh, wir kommen dann halt irgendwann nach. Und dann heißt es dann so, äh, Gideon ist besoffen und so. Aber ich war wirklich kein bisschen angetrunken, weil ich hab so viel gegessen einfach. Da haben die drei Shots nichts ausgerichtet, kein bisschen. Vielleicht hätte es ja über Zeit dann irgendwann eine Auswirkung gehabt, aber wir haben ja danach direkt geschlafen. Von daher, vielleicht war ich im Schlaf besoffen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich so schnell besoffen werden kann. Ich war noch nie in meinem Leben so richtig. Das ist vielleicht auch eine Story, die ich erzählen kann. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das als Reise ansehen kann, dass wir nach Oschersleben gefahren sind. Und da halt unsere Renntage hatten und dann zurückgekommen sind. Wir haben halt den ganzen Tag nichts gegessen, außer Frühstück. Und dann waren halt noch ein paar Rennen zu machen. Und dann mussten wir die Box komplett aufräumen, alles wieder zusammenpacken, zurück in LKW. Und dann hieß es halt wieder zurück nach Berlin. Und als wir dann hier angekommen sind, haben wir alle kein Mittagessen gehabt. Es ist schon abends um 19 Uhr, 20 Uhr gewesen oder sowas. Und wenn man morgens um 7 Uhr aufgestanden ist und angefangen hat zu arbeiten, dann ist es schon viel Zeit, wenn man nur ein Frühstück hatte. So zwei, drei Brötchen und ein bisschen Ei oder sowas. Und dann den ganzen Tag halt einfach immer nur ein bisschen was genascht hier und da. Und wir gehen zum Griechen. Das ist ein Griechen, wo wir quasi Stammgäste waren, beziehungsweise die Familie von meinem Freund Max. Und dann hieß es halt einfach, hier ein Uso, da ein Uso, noch ein Uso, noch ein Uso. Und ich wusste nicht, dass die uns so krass zuknallen mit Uso. Und hatte mir dann halt wirklich ein Bier bestellt. Und dann trinken wir das alles auf und halt den ganzen Tag nichts gegessen. Während wir da sind, halt beim Griechen ein bisschen was gegessen. Aber das kam dann alles so gleichzeitig in den Körper. Und dann war das einfach so, wow, Mensch, du bist ja müde, du bist erschöpft. Du hast gerade Alkohol zu dir genommen, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Dein Körper weiß gerade überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Und dann war das so, dass ich extrem müde geworden bin. Und dann, das war so, ich weiß nicht, ob ich angetrunken war oder ob ich nur sehr, sehr müde war. Also, ja, so viel dazu. Mal kurze Confession sozusagen. Aber gut, da war ich, war ich 22 oder 21? Ich glaube 21, ja, ich glaube 21. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also, das war so das erste Mal für mich. Ich weiß, für viele ist es wahrscheinlich lächerlich, weil es bei vielen schon mit 13 oder 14 angefangen hat. Bei mir war das irgendwie nie so. Aber kommen wir zurück zum Thema Reisen an sich. Obwohl das ja halt dazugehört irgendwie, ne, mit den Geschichten, die man da so erlebt. In Griechenland ist ein Ultra-Regensturm und Donnersturm angekommen. Irgendjemand ist in Seeigel reingetreten und die Tage darauf ging es mir extrem schlecht. Ich war viel zu jung, um mich noch an schöne Sachen zu ändern, komischerweise. Mein Hirn hat nur die schlechten Sachen abgespeichert. Ich glaube, ich war da, jetzt muss ich lügen, vier oder so. Und dann ging es mir die Tage darauf extrem schlecht. Mir war nur übel. Und irgendwie kann ich mich halt nur an diese schlechten Sachen erinnern. Dass der Sturm da irgendwie die Zelte weggerissen hat und sowas vom Strand. Und, ja, aber so richtig komplett verrückte Sachen, dass mal so Sachen, die einem manchmal Leute erzählen, dass sie irgendwo in der Wüste stecken geblieben sind mit dem Auto oder sowas. Sowas ist mir noch nie passiert. Liegt vielleicht auch daran, dass wir halt immer relativ gut planen, wenn was unternommen wird. Erst recht, wenn man mit seinen Großeltern und Eltern verreist, dann weiß man ja meistens, also wenn man eine normale Familie hat, dass alles halt so typisch deutsch komplett durchgeplant ist. Und meistens geht ja dann auch nichts Großes schief. Oder wenn was schief geht, hat man einen Plan B. Leider kann ich da nicht so allzu krasse Sachen erzählen. Ja, aber in der Schweiz muss ich eine Sache noch erzählen, so abschließend. Die Schweiz war wirklich mit einer der schönsten Reisen, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Gerade auch, weil es meine erste Reise war, die ich ohne Eltern oder Großeltern angetreten habe. Und einfach so mit Freunden. Und auch wenn wir wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Und wir wirklich um 9 Uhr morgens aufgestanden sind. Meistens so gemütlich um 10 Uhr aus dem Haus sind. Und dann bis abends 21 Uhr komplett unterwegs waren. Zählt mal ab 10 Uhr noch eine halbe bis 45 Minuten, halbe Stunde bis 45 Minuten Fahrt dazu. Ab dann wandern. Und dann wirklich bis 20 Uhr durch. Wandern, wandern, wandern. Die ganze Zeit nur auf den Beinen, kurz mal irgendwo Mittag gegessen und ansonsten wirklich nur wandern. In den Kirchen immer wieder mal kurz hingesetzt, umgeguckt. Ich natürlich immer hin und her, um Fotos zu machen. Und dann wirklich um 21 Uhr ist man das erste Mal wieder zu Hause. Wir hatten so ein Airbnb gemietet. Für eine Woche. Und dann kocht man quasi das Nötigste. Bei uns war das meistens Nudeln mit Tomaten so. Weil wir keine Lust hatten, noch mehr zu machen. Am vorletzten Tag oder sowas hatten wir dann nochmal übelst viel Fleisch gekauft und Fleisch gekocht. Und quasi dann so den letzten Tag nochmal so mit gefeiert. Aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr viel, was wir zu tun hatten. Und an einem Tag waren wir auf einem Berg, der heißt Sentes. Könnt ihr mal aus dem Internet raussuchen. Ist ein wunderschönes Ziel, um da einfach mal hinzureisen bzw. dort hochzufahren. Und da ist mir so richtig klar geworden, wie wichtig Reisen ist. Man kann einfach in sich gehen. Man kann Grenzen austesten. Man lernt sich selber kennen. Und ich habe mich, wie gesagt, ultra frei gefühlt. Gerade auch auf dem Sentes. Man hat quasi den Blick in alle Himmelsrichtungen. Und es geht unendlich weit. Der Himmel ist aufgeklart, während wir dann oben waren. Und dann war alles frei zu sehen. Wenn man so unter sich guckt und in der Ferne so einen See sieht, der auf einmal aussieht wie eine Tümpelfütze, dann ist das einfach unglaublich. Und gerade auch so dieses, wenn man weiß, links und rechts ist der Abhang. Und wenn man jetzt einen Schritt zu viel macht, dann ist halt wirklich Ende. Das ist schon sehr, sehr nice. Übrigens, weil ihr ein paar schöne Bilder vom Sentes oder auch aus der Schweiz sehen wollt, ich habe sehr viele Bilder davon auf meinen Instagram hochgeladen. Ich kann euch ja mal den Link in die Beschreibung packen. Wunderschöner Ort auf jeden Fall, um hinzureisen. Auch der Ort, wo wir waren, hieß St. Gallen. Richtig schön, richtig urig, richtig alt. Sehr viele Studenten auch dort. Und der Student, der uns seine Wohnung vermietet hat, meinte, ja entweder man ist in St. Gallen, um zu studieren, oder man ist eben nicht dort. Fand ich ein kleines bisschen arrogant, die Aussage, weil gerade für jemanden, der aus der Stadt kommt, ist sowas wunderschön da. Und es ist einfach für jeden, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Ort, um hinzureisen. Es ist ruhig, man hat alles in der Nähe. Es gibt wunderschöne Schokolade da, sehr, sehr leckere Schokolade. Und gerade so der Kern vom Ort ist sehr, sehr alt und sehr, sehr, man kann ja nicht Natur belassen sagen, aber der Zeit überlassen, sage ich mal so. Und sehr sauber und trotzdem alles saniert und sieht sehr, sehr schick aus. Und das ist unheimlich schön, da durchzulaufen. Man fühlt sich quasi wie in The Witcher oder sowas. So, man läuft durch so ein Mittelalterdorf quasi durch. Richtig, richtig schick. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ansonsten war ich leider wirklich nicht viel verreist. Mal auf Klassenfahrt am Gardasee, die zwei Male in Spanien auf Teneriffa. Und ansonsten vielleicht noch, wo ich super gerne hin würde, natürlich nochmal nach, nochmal in die Schweiz. Ich würde auch unglaublich gerne mal nach Amerika oder nach England, wo ich auf die englische Sprache angewiesen bin. Und ich würde auch unglaublich gerne mal nach Schweden, nach Neuseeland. Es gibt auf jeden Fall noch viele, viele Orte. Irland, wo ich unglaublich gerne hin möchte, wo man die Natur genießen kann oder eben auch so die Menschen kennenlernen kann, die Sprache kennenlernen kann, die Städte kennenlernen kann und einen kleinen Roadtrip machen könnte. Das ist zum Beispiel ein unheimlich großer Traum von mir. Einfach mal an der Westküste von Amerika irgendwie von oben nach unten oder unten nach oben ist mir wurscht, mit dem Motorrad zu reisen. Das wäre wunderschön. Erzählt mir mal einfach, schreibt mir mal in die Kommentare, wo wollt ihr noch hinreisen oder wo wart ihr vielleicht schon? Warum gibt es für euch den Grund, nicht mehr unglaublich viele Orte entdecken zu wollen? Was war so der schönste Ort, wo ihr wart? Egal was. Wo wollt ihr hin? Wo wart ihr schon? Und wo wollt ihr noch? Ne, wo war es am schönsten für euch suchen? Ja, ich hoffe, gerade auch dir, Gladen, hat das gefallen. Einfach mal so einige Schmankerl aus dem Leben erzählt. Und wie gesagt, wenn man sich mit Reisen tiefgründig beschäftigen möchte, man kann es auf jeden Fall. Wenn man auf der Reise ist, kommt man definitiv auf andere Gedanken. Und mir hat es sehr viel gebracht. Und mir hat es auf jeden Fall gebracht, dass ich das weiterhin noch machen möchte. Und mal gucken, wann und wo ich das nächste Mal hinreise. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Start in die Woche. Und dann hoffentlich auch bis zum nächsten Video, Livestream oder Mammill Monday. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao, Leute.